Hi Leute, ich bin's der Flosch, oder besser gesagt mit dem alten Namen Flosch. Ich habe mir überlegt, mein Name Flosch klingt etwas langweilig und gewöhnlich und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich mich umnenne, und zwar in den neuen Namen Crazy Technic Gaming. Was haltet ihr davon? Würde mich freuen, wenn ihr in die Kommentarbox das schreibt. Bis dahin, ciao!